Am Anfang stand vielleicht noch gar nicht so richtig die Vision, am Anfang stand Handwerk. Und dann, als das Handwerk, ich sag mal, seinen guten Lauf genommen hat, dann kam dieses mehr. Mehr auf Gäste eingehen zu wollen, mehr mit Gästen auch direkt zu tun zu haben. Und da ist der Wunsch daraus entstanden oder auch die Vision daraus entstanden, was wäre der nächste Schritt? Das nächste mehr. Es geht weit über Gastronomie heraus. Hotellerie ist ein völlig eigenes Pflaster. Und wenn man das sehr, sehr gut miteinander verbinden kann, dann ist das eine wunderbare Aufgabe auf der einen Seite, aber auch eine wahnsinnige Herausforderung, weil noch so viel mehr Details dann gefragt sind. Ich sag mal, als Koch, als Koch, der Handwerker ist, aber mit ganz vielen Ideen und dann auf einmal zum Hotelier wird. Und das sind Dinge, die gewachsen sind. Ja, ein Säuringhof ist erst mal im Kopf entstanden. Und es war eine Vision da, es war eine Vision da, ein Landhaus am Meer auf den Dünen drauf. Das war schon, diesen Platz überhaupt erst mal gefunden zu haben, das war schon der erste Traum. Der Gedanke war aber immer, etwas Einmaliges zu schaffen, etwas wirklich Erstklassiges zu schaffen, auf einem Niveau, wo wir sagen, ab da aufwärts, aber auf gar keinen Fall drunter. Ja, die besonders schönen Momente sind, wenn Gäste einfach glücklich sind. Wenn ich Gäste glücklich machen kann, dann könnte man ja sagen, das ist eigentlich mein Job, dafür wäre ich bezahlt. Aber es ist viel mehr. Es ist ja einfach ein Zusammenspiel aus dem, was wir anbieten und aus dem, was der Gast dann eben auch verspürt. Glücksgefühle. Und wir haben ganz viele weiche Faktoren bei uns, weil dann Menschen im Spiel sind, Materialien im Spiel sind, Geschmäcker im Spiel sind, Geschmack ist sehr individuell. Aber man kann trotzdem eine Atmosphäre schaffen, so eine Grundatmosphäre schaffen, und man sagt, Mensch, da haben wir eigentlich leicht, das Spiel, Gäste glücklich zu machen. Und dann kommen die alle freiwillig zu uns. Dem Gast eine komfortable Situation zu bereiten, das gehört zum Alltag bei uns. Das ist unser Job in der Hotellerie, Gastronomie. Das ist Tischdecke, das ist Bettdecke, das ist Raumtemperatur, das ist Komfort. Wohlfühlen ist ja mehr als nur eine bequeme Matratze. Das ist Standard, das ist Grundvoraussetzung. Der Gast will mehr. Er füllt Materialien auf einmal, er merkt auf einmal die Qualität, man spürt es. Manchmal greifen die Gäste irgendwo rüber, manchmal ist es ein Türrahmen, wo sie drüber greifen, dann einfach merkt, Mensch, tolle Qualität. Ein Teppichboden, wo man drüber läuft, wo man barfuß drüber läuft. Im Restaurant, wo man sitzt, wo man Leinen spürt, wo man einen tollen alten Holzboden spürt. Und das Zusammenspiel aus den Dingen, das ist etwas, was ein Gast dann wirklich sehr schätzt. Neue Situationen, die haben wir jeden Tag. Und zwar zigfach haben wir die jeden Tag. Und dann ist es auch so, einen Weg zu finden, auf den Gast zuzugehen, auf den Gast einzugehen, auch ein Stück weit. Manchmal sind es Dinge, die gar nicht so vordergründig sind, die man so nebenbei eigentlich bemerkt. Wo man merkt so, das hat gut getan. Und der Gast erinnert sich. Einen kleinen Schritt voraus sein, für den Gast mitdenken, für den Kunden mitdenken. Und ihm vielleicht etwas mit auf den Weg geben, wo er selber gar nicht dran gedacht hätte. Wenn ich merke, dass die Gäste rundum nachher zufrieden waren, gerne wiederkommen. Ja, perfekt. Schön. Musik 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 Musik